Ich muss die Kamera mal drehen, was ich jetzt mache. Der Parkplatz, den wir auf dem Video gesehen haben. Von dem einen da. Da ist der Barbe. Schön im Schatten. Also so einen Tag hier am Mont Ventoux zu erwischen, das ist vor allen Dingen auch mit so wenig Wind. Die Barbe kauft. Und könnte jetzt nicht riechen. Ticket haben wir schon gezogen. Franky fährt wieder eine Mautstation. Weißt du was, ich steig am besten direkt aus, oder? Weißt du, wo du dran kommst? Das Risiko geh ich gar nicht ein. Ich guck, dass ich hier aus der Karre rauskomme. So steht er auf jeden Fall fest. So. So. Taktas. So. 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 Musik Musik Kurz vor dem Parkplatz, jetzt wird noch mal richtig steil hier, kann ich euch sagen Jetzt müsste gleich der Parkplatz kommen, wo man angeblich Nord-Barbe übernachten kann Aber was der Barbe sagt, ist das immer nur so ein bisschen mit Geschmäckchen hinterlegt, sagen wir mal so Wäre mal sehen Auf jeden Fall wird er heute und die Aussicht hier so beschreiben Ich lasse die Kamera jetzt mal ein bisschen mitlaufen, weil alleine da runter, dass man das jetzt sieht Das ist der Hammer Alt-Torrelations Kerl 100 Oh, da wird immer steiler jetzt Die Straße hängt so leicht weg 700 Meter ist der Parkplatz Da ist das Observatorium, oder wie nennt man das dann, der Kugel Oder ist das weiter oben 300 Meter auf der rechten Seite Da hat er keinen Platz gekriegt, oder? Da hat er das Stahl runtergebracht, Alter Wir beiden Hübschen sind jetzt auf unserem Übernachtungsplatz angekommen, hier oben am Mont Ventoux Und ich kann nur sagen, mega, die Bilder von der Anfahrt habt ihr ja gesehen Echt spektakulär Und da ist die Wabe Hier oben, kurz vor dem Gipfel, ist so ein Parkplatz Seht ihr da noch mehrere Wohnmobile stehen Da steht noch ein Kastenwagen So, wenn ich mich jetzt mal die Kamera drehe, was ich jetzt mache Da oben ist der Gipfel von Mont Ventoux Und da wo die Leute laufen, ich weiß nicht ob man die sehen kann Da kann man mal eben schnell auch zu Fuß nochmal hochlaufen Aber die Straße, die führt über den Gipfel Wenn wir da morgen rüberfahren Wir sind jetzt von der anderen Seite gekommen Und wir haben heute Sonntag Bombenwetter Und für Mont Ventoux Verhältnisse auf jeden Fall Fast kaum Wind, ne? Bisschen Total angenehme Temperatur hier oben, ne? Fast 2000 Meter hoch Und jetzt haben wir gedacht Weil wir stehen ja als letztes Fahrzeug Da ist der G.A. übrigens Von da sind wir ja jetzt gekommen Ja, ist ja Hammer Ist mega, oder? Und da in dem Fels, in dem Schotter kann man ja schon den Fußweg sehen Wenn man da mal eben bis zum Gipfel noch hochlaufen will Wir kommen ja morgen sowieso da rüber, ne? Wir müssen ja wie ich hier weiterfahren morgen Ja Mal gucken, wir haben heute noch Langeweile an und laufen da ja nochmal hoch Obwohl wir ja noch nicht so ganz fit sind, ne? Aber so weit ist das ja nicht, da sind ja nur 10 Minuten, oder? Ja Da ist aber nicht der Parkplatz, den wir auf dem Video gesehen haben, ne? Ja, welcher? Von dem einen da Nee, das war der da unten Ja, der war da noch nicht Doch, der war das Da waren die alle an der Seite standen die da Ja, ja Weiter unterhalb ist nochmal so Zwei Kilometer, drei Kilometer tiefer so ungefähr Da ist auch nochmal so ein Platz Und jetzt Die haben da auch Stühle rausgeholt, da hinten die beiden Die sitzen da Ich denke mal, wenn ihr die Stühle rausstellst hinterm Auto, das interessiert ja keine Sau Das sag ich jetzt einfach mal so Ja Ich sag da mal, wenn wir ja fertig sind, bis später So, ich habe es geschafft Da oben ist das Kreuz, ich hoffe, man sieht das jetzt Und zurückgezoomt Da ist die Barbe Schön im Schatten Schön Ist eine enge, aber das geht Ja, mehr Platz haben wir jetzt ja nicht, aber das reicht, ne? Ja, wir könnten doch jetzt, da sind ja welche weg, aber ich will das nicht keinen Da nehmen uns das Auto, ist jetzt weggefahren, aber ist jetzt gut so, ne? Wir bleiben so stehen Wir stehen leicht gekippt, aber dort geht leider nicht Wir beiden Hübschen machen jetzt Pause Und sollten wir da heute doch nochmal hochgehen Weiß ich noch nicht genau Dann lassen wir auf den Zug kommen Weil wir haben ja noch Zeit Wir haben ja jetzt noch Zeit Das hört man nicht Wie wärs denn da einfach nur bis zur Kapelle? Ja, halt mal fest Bis zur Kapelle da vorne, Frank Erstmal nur Dann können wir weiter sehen Ja, da bist ja schon fast oben Da kommen die nämlich alle runter, siehst du? Die gehen da zur Kapelle erstmal Ja Da ist noch rechts von der Kapelle noch ein Gipfelkreuz Der Zug zu einem Gipfelkreuz, gerade Der Zug zu einem Gipfelkreuz Das ist wirklich ein Punkt vom Schotterhaufen Ach da! Das hat ein Gipfelkreuz von Monotour So ein kleines Ja, sicher So ein Minikreuz Das ist gar nicht so klein Das sieht von hier nur so klein aus Okay Barbara Wof ist dein Mikro da? Okay Amateur Ich lass Papa das machen Lass mir das noch Kaffee trinken Sag mal Genau wie auf unserem YouTuber-Treffen Mit dem blauen, selbst ausgebauten Bus Ich drücke dann mein Mikro Könnt ihr euch daran erinnern, die es gesehen haben? Ich drücke hier mein Mikro in der Hand Ne? Und dann, ich spiel jetzt mal Ihn Ich weiß mehr wie der Komm leider nicht mehr auf den Namen Äh, nicht mal Wolfgang Manni Sorry, dass ich den Aber den ganzen Namen kann mich nicht alle merken Haben mich dann Mikro in die Hand gerückt Dann unterhält er sich mit mir Und hat Das Mikro hier Aber gut, das ist so eine kleine Randgeschichte Bis später, tschüss da sind wir jetzt und 1910 steht aber hier lange laufen die kleinen wege da die kapelle die kurve und da wo p parken ist da stehen wir jetzt gerade so jetzt sind wir endlich ganz oben mehr geht nicht das ist ein souvenirshop und irgendwie so ein früchte kann man da kaufen ein turm 1912 fahrradtrikots dürfen natürlich nicht fehlen inklusive bergtrikot frankie nimmt eine flasche mit von mo one two hier oben die bar gekauft und könnte jetzt nicht riechen müssen die auch die örtlichkeiten unterstützen da gesehen bei dem einen der in der ecke saß im schatten da werden die wunden jetzt geleckt weißt du wie der da gesessen hat ja in mannheim oder nicht schwarzwald habe ich fahrzeit komplett gefahren für radrennfahrer damals da war ich fertig mit dem visa glaube ich zusammen genau so ein wetter wie heute kennengelernt mit denen ja genau da habe ich auch so in der ecke gesessen ja nicht mit unseren beiden kleinen kindern hat sich dann irgendwie aufgesammelt dann ja da habe ich gott also nach so einer etappe am limit kannst du gar nichts mehr so der parkplatz da stehen wir da habe ich ja vorhin versucht ranzuzoomen und dann ist übrigens hier muss irgendwas passiert sein kann ich leider nicht lesen auf jeden Fall nichts gutes ne barbe so kinder ich habe jetzt noch mal umgeparkt die parkplatz wo ich gerade gestanden habe habt ihr ja gesehen jetzt habe ich mich hier hingestellt weil hier werden jetzt abends mal so ein paar plätze frei und wenn wir jetzt morgens aus der scheibe gucken oder auch jetzt noch habt ihr dann den ausblick weil hier sind dann der wald fängt ein bisschen tiefer an weil da vorne haben wir vorhin gestanden da habt ihr den wald ja im weg also die bäumchen da ja im weg da hinten ist der gipfel ja und jetzt habt ihr eine mega aussicht jetzt ist hier großes anreisen holländer also wo die jetzt auch noch hin wollen da kommt der nächste also hier ist doch noch obwohl wir schon 18 Uhr haben ein kommen und gehen ich vermute mal weil da hinten gleich die sonne untergeht mal schauen so wir gehen ja zum sonnenuntergang da hinter mir da wo die ganzen wohnmobilen und kastenwagen stehen stehen wir und jetzt laufen wir ich weiß nicht ob das observatorium heißt aber egal da hoch wo die alle hinlaufen denn da kann man schon erahnen dahinter sieht man dann den sonnenuntergang und da kommen jetzt auch wunderbar hier da kommen jetzt auch ganz viele leute die wir wahrscheinlich auch alle sehen wollen hier die laufen auch in die richtung die barbe so jetzt wo ich gerade die barbe vor mir sehe liebe grüße gehen nach fulda an rüdiger und katharina die uns ja den rucksack geschenkt haben und der war schon oft im einsatz aber die beiden haben wir wahrscheinlich schon gemerkt ich habe den am caravanserlochen aufgehabt wo waren wir damit noch dann waren wir damit in ovalo im kriegsmuseum und jetzt sind wir damit am mont Ventoux also ihr beide der ist schon ganz schön rumgekommen schön guten morgen zusammen seid ihr auch schon wieder alle da habt ihr schon mal gesehen was die barbe vorne draufstehen hat auf ihr shirt ich verstecke dich schon wieder let me sleep sage ich nix mit schliepen hier wieder aufgestanden jetzt wir gucken mal raus da aber ich hoffe man sieht dass er sonst überbelichtet weil die sonne scheint halt mal moment drauf ja ich bin heute zuständig gewesen für spülen und wenn ich spüle der handzug pitche nass so viel steht fest so dann kennt ihr ja auch schon ne café à la franc ohne die ganzen simpel zampel mit die ganzen maschinen da so und da habt ihr auch mal gesehen der toaster getoastet gerade aber ich muss mit zwischendurch umdrehen ups war ja funktioniert auch einwandfrei frühstücken jetzt und dann geht es weiter nach ja klar keine ahnung wer ihr da sehen irgendwie an so einem see mit bergen und so weiter und so fort mal schauen so dann waren wir jetzt die barbara fertig und ich sage so ihr lieben wir haben gefrühstückt alles zusammen gepackt ich liege in den letzten zügen mit dem laptop und vom mont Ventoux fahren wir jetzt das sagt uns die barbara ja also hier hin camping la valet horreuse hoffe es richtig einigermaßen richtig ausgesprochen in der nähe von orgon in der nähe von orgon genau und auch marcel ist nicht weit weg von da das sind von hier aus ungefähr 80 km da soll ein super schöner stellplatz sein der campingplatz sein werden wir sehen und wie gesagt das war es hier vom mont Ventoux wenn euch das video gefallen hat lasst gerne daumen da oben da kanal abonnieren schreibt meine kommentare ob einer von euch hier schon mal hier oben gewesen ist auf infamega ein auf instagram haben wir ja schon eine nachricht bekommen die ich schon hier gestanden haben und ja dann würde ich sagen wir beiden hübschen sind jetzt raus bis später tschüss bis später tschüss